Hey! Oh, wie oft muss ich das denn machen? Doch nicht. Ja, schön, dass man mir auch jetzt nicht zeigt, wo sie war. Hey! Ab dich zum zweiten Mal. Na toll. Ha! Ich weiß nicht, ob ich jetzt schleichen müsste, aber ja. Ich weiß nicht, ob ich es für mich. Danke. Dann, ich will das für mich, was ich in der Kiel. Ich habe es in der Kiel. Das ist das Mutter! Das ist das Mutter! Das war's für heute. Oh, Mama! Hm? Was? Mama! Ja, ja. Was? Mama! Hm? Jetzt ist es... Ich werde nicht nur mit uns. Hm? Ja, ich habe ein Verkauf. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja? Nein. Nein, 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 du bist nicht nur eine Person. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Du bist derjenige, oder? Ja. Das war jetzt irgendwie schön. So Geister mag ich. Ist ja noch irgendwas zu entdecken für mich. Also scheinbar müssen wir diese Erinnerungsstücke mitnehmen. Und wenn wir Geister treffen, die dann an diese wieder zurückgeben... Kann ich hier durch? Nein, natürlich nicht. Ja, kein Wunder, dass ich den nicht verkaufen darf. Ich muss ja also den Geistern zurückgeben. Ich hoffe aber mal, dass das immer so, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen einfach ist, also dass ich die nicht bekämpfen muss, um das denen zurückzugeben. Was ist das? Machen wir. Hm. Okay. Na, ich dachte, du sagst mir jetzt was zu den Zeichnungen hier. Ach, du bist so unsensibel. Das war ziemlich weit weg. Ähm, also wieder zurück. Und ich speichere ein letztes Mal für diese Aufnahme-Session, denn ich habe schon wieder eine Stunde voll. Und so länger als eine Stunde möchte ich eigentlich nicht spielen, weil mir tut jetzt auch gerade ein bisschen die Hand weh vom Wimuth halt. Ich muss die immer so ein bisschen hochhalten. Und, ähm, ja. Hallo mitte. Und das linke Ohr tut mir auch irgendwie weh. Durch die neue Brille, das drückt man jetzt auch ein bisschen. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Jetzt sag ich's nen Brief. Okay, wir gucken uns noch die Erinnerung an. Ja. Ja. Oh. Du bist schon wieder. Eigentlich weder noch. Ich hab nichts zum verkaufen und nichts zum Geld, zwar schon, aber... Wenn du nichts Neues hast, dann, ähm, Katzenspielzeug. Kann ich denn damit machen? Eine Katzenspielzeug mit Federbeschle am Ende. Wähle damit und die Kätzchen kommen angerannt. Ähm, will ich haben? Frage ist nur, was kann ich damit machen? Probieren wir doch gleich mal aus. Ja, ich mich auch. Tschüss. Katzenspielzeug und gut schütteln. Nehmt das Katzenspielzeug und drücke A, um meine Katze aus deinen Ehren zu locken. Hm, und was habe ich davon? Komm, das gucken wir uns jetzt auch noch an. Auf die zwei, drei Minuten kommt es jetzt auch nicht drauf an. Ich möchte aber wissen. Was mir das bringt. Wer nicht? Ähm. Ich muss das erst irgendwie ausrüsten. Wo ist das Ding denn? Ähm. Oh, wir machen schon 28 Schaden. 140 MP haben wir und zum nächsten Aufstieg. Braucht es noch ein bisschen, aber gar nicht mal so lange. Ähm. Wo ist das denn? Hallo? Ich habe doch eins gekauft. Wo ist das denn? Da. Wie benutze ich das? Dann muss ich das jetzt erst ausrüsten hier am Feuer? Oder? Oh, ist das umständlich alles. Ja, es fängt auch der Grabber ein bisschen an zu lenken. Ach so. Ah, ich kann mir das... Ah, jetzt hat es Klick gemacht. Sehr schön. So kann ich mir dann auch die Sachen wieder aus dem Koffer rausholen. Das muss man mir ja auch mal sagen. Gut, jetzt locken wir unser Kätzchen an. Dann schau mal, was wir davon haben, wenn wir das Kätzchen angelockt haben. Ja, mal ein bisschen näher hin. So. Nein, das war falsch. Ähm. Ja. Ja. Okay, das hat es jetzt nicht gebracht. Muss ich da vielleicht dafür in die Hocke gehen? Nein, dann kann ich es nicht benutzen. Ja. Da ist die Katze. Okay, dann macht es auch nur einmal. Ähm. Ach so, ich muss locken. Und jetzt? Ähm. Ja, das hat jetzt voll Sinn. Ich... Moment. Ich gucke mal kurz in die Anleitung. Ob man das überhaupt irgendwas bringt. Ich hoffe, das steht hier drin. Das müsste jetzt noch kurz mit mir... Ähm. Was soll das denn? Ähm. Ich meine, es ist schön, dass ich die Katze anlocken kann, aber was bringt es mir dann? Spiele mit Katzen. Wenn du das Katzenspielzeug angelegt hast und A drückst, kannst du diese hin und her schwingen. Und mit den Katzen spielen. Wenn du es im richtigen Zeitpunkt A drückst, kannst du es ganz herum schwingen. Bleibe ganz... Bleibe lange genug dabei, dann wird sich dir eine normalerweise schießende Katze eventuell nähern. Ja, und dann? Nichts scheinbar, okay. Also ich kann halt einfach mit der Katze spüren. Ähm. Ja. Schön. Mit sie, mit sie, mit sie. Ähm. Ja. Hallo, Mitsu, Mitsu, Mitsu. Wenn ich runtergehe, kann ich dann auch... Oh, ist die nicht süß? Oh. Eine dreifarbige, die soll Glück bringen. Gut, aber ich würde sagen, jetzt... genug gespielt. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt bringen soll. Vielleicht google ich da auch mal rum. Nein, ich möchte nichts kaufen. Nein. Ich dir auch. Dankeschön. So. So. Speichern. Zum letzten Mal. Diese Aufnahmesession. Denn... Ich mache jetzt Feierabend. Und wir hören uns dann bei der nächsten Aufnahmesession. Bei... dem nächsten Projekt. Oder... bei... einem meiner alten Projekte. Bis dann. Ja. Bis dann.